Sarah Lager ist schon wieder am Weg retour. Die 13 Meter sind sich beim Kugelstoßen knapp nicht ausgegangen. Aber beim zweiten Versuch war zumindest die Weite mal da. Wie fällt dir jetzt das Resümee allgemein aus von dieser Teildisziplin? Ja, genau. Der zweite war knapp über 13, aber leider außerhalb vom Sektor. Und 12,65 sind es geworden. Ist ganz okay. Es passt schon. Ja, aber Sie haben gestrahlt eigentlich immer auch beim Abgehen. War das ja auch von der Zielvorgabe etwas, womit Sie zufrieden sein können? Ja, zufrieden auf jeden Fall. Also es ist nicht merkbar. Ich habe es probiert und jetzt abhackeln und weitermachen. Gut, die 200 stehen jetzt noch auf dem Programm zum Abschluss des ersten Tages. Was dürfen wir da erwarten? Was ist doch das, was Sie sich selber zum Ziel gesetzt haben? Also ich möchte auf jeden Fall unter 25 Sekunden laufen. Okay, das ist auch etwas, was sich im Training abgezeichnet hat oder was möglich sein sollte? Ja, hoffentlich. Okay, dann wünschen wir dafür viel Glück und alles Gute. Toi, toi, toi. Und wir freuen uns schon, dann wieder danach noch einmal gratulieren zu dürfen. Danke sehr.